Filzau Leute, was geht? Wir sind hier beim Husky Augendreh zu meiner dritten Single. Die meisten wissen es vielleicht schon. Ich bin in Sibirien geboren. Ich bin mit zwei Jahren mit meiner Family nach Deutschland gekommen. Huskies sind die Tiere für Sibirien. Wir hatten selber Huskies. Ich habe gerade richtig Spaß mit Huskies drehen zu dürfen. Bleibt gespannt. Bei uns kommt nicht der Weihnachtsmann am 24. Sondern es kommt am 6. 1. Fetisch in Frost. Ganz blau gekleidet. Und es kann natürlich sein, dass um 12 Uhr schon der Wodka auf dem Tisch steht. In Sibirien ist es halt extrem kalt. Du bist bis zu minus 60 Grad. Das heißt, du musst dich richtig warm anziehen. Aber du brauchst ja auch keinen Kühlschrank. Das heißt, du kannst einfach nur Fenster aufmachen, deine Sachen rausstellen und fertig. Husky Augen ist auch der persönlichste Track, den ich bisher gemacht habe. Weil ja, in Sibirien war das Leben anders hart. Wir sind nach Deutschland gekommen. Wir mussten uns alles von Null neu und selber aufbauen. Und erst später habe ich dann auch erst gecheckt, was meine Eltern da auf sich genommen haben, damit wir Kinder eine bessere Zukunft haben können. Und ja, mit Husky Augen will ich einfach zu meinen Roots stehen, will die Culture representen. Und es hat mich einfach auch geprägt und mir dieses Kämpfer-Mindset mitgegeben, was ich heute habe. – Wenn ich einen Sch Barrack auf Stoffa Otherwise bushmirpreendi. – Okay, Sharingi. – Alright. – So, wie du an derLOBU, laden Sie eine schöne Rotation? – Ist eine Waffe ہ prominente nach Deutschlandge wrong? – Aber wie geht es um других pediatric bath? – So, wie wir natürlich auch gerne die Suffrauchtenpl guaranteeri generieren. – Das Liegel trifft, ist ehrlich gesagt. – Also, als ich hoffe, wenn du an auch gerne eine Sich-Mindset. Bis zum nächsten Mal.